Ich mache mit meinem Hund regelmäßig Ausdauertraining, damit sie fit bleibt für die Meisterschaften und dann ging es auch schon los. Ich habe mir das Fahrrad geschnappt und aufgrund der Hitze haben wir heute eine ganz entspannte Runde gemacht, 6 Kilometer, aber ohne auf irgendeine Pace zu achten. Am Ende kamen wir an schönen Feldwegen vorbei, hier nochmal wie kaputt cute ist und unsere Rute.